Ja, hallo, hier ist Christian Schermann, Patrapport, Beziehungscoach, Reaktionspsychologe und das ist mein Video-Blogger mit dem Detail-Beziehung-Liebe und auch manches andere. Wenn du auch Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf libysche.de machen. Schau gerne mal rein in mein neues Buch. Ich weiß, es ist nicht mein einfachstes Buch, aber ich finde es richtig gut. Ich finde es auch gut, weil ich immer das Gefühl habe, ich frage mich immer, wer hat das geschrieben? Das ist so, keine Ahnung, ist mir so aus der Feder geflossen, soll sich jetzt nicht irgendwie überheblich anhören. Sorry, wenn das so rüberkommt, aber ja, wenn ich das Buch lese, übrigens in Berlin gibt es auch noch Tickets am 4. Juni, wenn ihr da noch kommen wollt, guck mal auf meiner Webseite. Wenn ich da so reingucke, dann denke ich manchmal, ach, es tröstet mich selber ein bisschen und ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber gut, jetzt mal zurück zum Thema. Ich habe abgeschweift. Und zwar geht es heute um die Frage, weil so Beziehungsvorstellungen, unterschiedliche Vorstellungen und das ist auch ein großes Thema in dem Buch übrigens, über die, wenn wir Richtung fünfte Dimension gehen und so weiter. Hallo Christian, ich bin in den 30ern, bin seit Jahren Fangirl. Schön. Genau, freut mich. Und konnte dank deiner Kurse und Video schon viel erreichen. Mein Leben wird immer nice, geiler und aus Beziehungen, die mir nicht gut tun, konnte ich dann auch viel schneller raus oder erst gar nicht rein. Ich dachte, dass ich immer schlauer werde und nun fast alles verstanden habe. Neulich habe ich mich mit meiner engsten Freundin über Beziehungen unterhalten und wir haben schockiert festgestellt, dass wir diametral entgegengesetzte Beziehungsdefinitionen haben. Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann ist das der Mann fürs Leben und mit ihm potenziell alles möglich. Gemeinsame Wohnungen, Zukunftspläne. Ich gebe und erwarte Bindung, Rückhalt und 100% Einsatz. Für Sie dagegen hat man vielleicht ein paar schöne Monate oder gegebenenfalls Jahre. Jeder macht so sein Ding und es ist was Lockeres, aber auf jeden Fall zeitlich begrenzt. Wer hat ihn jetzt recht? Oder sind wir zwei Spektren von Bindungsangst oder kann das an Dorf, Land, Sozialisation liegen? Wir beide sind leider nicht repräsentativ. Sie hat seit zehn Jahren nur Affären, meist Dreiecke. Und ich führe Beziehungen mit nicht verfügbaren Partnern. Okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich unterstelle ihr niemals geliebt zu haben. Sieh mir Lovebombing und Fast Forwarding. Was kann man also von einer Beziehung, romantische Liebesbeziehung erwarten? Hilft doch mal deinen Zuschauern bei den absoluten Basics auf die Sprünge. Quatsch, was soll man da anfangen? Also erstmal, darum geht es ja auch in meinem Buch, was sind 3D-Beziehungen, was sind fünfte Beziehungen. Also sozusagen geheime Dreiecke sind auf jeden Fall 3D-Beziehungen, kann ich auf jeden Fall sagen. Und Richtung, wenn ich so in die Zukunft gucke, das sind natürlich Visionen, dann denke ich so, dass wir da immer mehr im Moment leben werden und das genießen werden, was wir in einem Moment haben. Und da wird es natürlich weiter monogame Beziehungen geben. Aber was man ja auch jetzt schon sieht, auch andere Beziehungsmodelle. Und ich denke schon, dass wir nicht mehr so ein festes Bild haben werden. Das muss jetzt immer alles bis ans Sterbebett gehen, weil das sind auch tatsächlich Vorstellungen der Gesellschaft so. Und ich finde tatsächlich, dass man sagt, das muss so sein, finde ich tatsächlich auch eine Einschränkung, anstatt zu sagen, hey, wir genießen, wir entscheiden uns auf eine Art jeden Tag neu für eine Beziehung. Da kann man trotzdem total committed sein. Und ja, also so eine innere Freiheit haben von so einer Leichtigkeit, die sollte es auch monogame Beziehungen geben. Und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Dazu gehört auch, dass sie lebenslang dauern können oder auch kurz. Und das ist alles okay. So, ne? Aber wenn wir höher schwingende Beziehungen führen wollen, geht das nur mit Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist nicht kompatibel mit geheimen Dreiecken, Love-Wombing, Future-Faking, wie auch immer das jetzt von euch macht. Das sind alles 3D-Taktiken. Und das ist alles dieses Feld von Romanzensucht, Liebessucht, Beziehungssucht, wo man versucht, irgendwas zu kompensieren, wo man Drama-Addicted ist und, ähm, ja. Und, äh, vielleicht, äh, auch selber bildungsängstlich ist, so, ne? Ähm, ich denke schon, dass das mit unterschiedlichen Einschätzungen und Liebeschips bei euch, äh, zusammenhängt. Ähm, aber gut, das, ähm, ja, ich denke, was uns so als romantische Liebesbeziehungen vorgesetzt wird auf rumrosamunde Pilcher, ist ja irgendwie eine, eine Lüge so, ne? Das ist ja, äh, da wird immer nur diese Verliebtheit, also Verliebtheit wird so hochgehalten und diese Phase. Aber wie, wie führt man ins längerfristige Beziehungen? Ähm, ja, das ist halt ein anderer, anderer Schnack, ne? Dass es ein Dorf, Land liegt, weiß ich nicht, ähm, aber ist es jetzt kein Mensch besser oder schlechter? Äh, sowieso nicht, ähm, weil er sagt, okay, ich, ähm, suche lieber kürzere Sachen, ich möchte, wie ich bin, ähm, das finde ich alles völlig in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde und das sage ich ganz klar, ist, wenn man genau weiß, was man möchte, aber was anderes suggeriert. Das finde ich nicht gut, selbst wenn man, ob man das bewusst oder unbewusst macht, wenn man es unbewusst macht, dann muss man halt an sich arbeiten. Also ich kann durchaus hingehen und kann sagen, ich möchte nur was Lockeres, ich möchte nur, ähm, Affären im Sinne von keine festen Bindungen, aber ich finde es nicht in Ordnung oder toxisch, oder, äh, toxischer Brunnen, sage ich mal, ähm, wenn ich in bestehende Beziehungen mich rein, äh, bringe, äh, Affären führe, äh, ja, Lüge, nicht ehrlich bin, äh, Sachen vorgebe, die gar nicht stimmen. Das finde ich, das ist nicht, wofür ich stehe. Das ist nicht, dass ich das, also nicht, dass sie denkt, ich kriege zu jedem Zeitpunkt meines Lebens das hin, die überhaupt nicht. Das sind natürlich hehre Ziele und Menschen machen Fehler, aber das sollte doch aus meiner Sicht der Kompass sein, so, ne, und, ähm, und wenn sie, ja, das, und zu dir, klar, wenn du immer bindungsvermeidende Menschen suchst, dann musst du halt gucken, äh, ja, also auch wenn du, bestimmte, passen deine Träume, die du hast von einer Beziehung, passen die damit zusammen mit deiner Beziehungsrealität und wenn nicht, wo ist der Haken, ne, bist du, du vielleicht passiv bindungsängstlich, das müsstest du bei dir gucken, aber, ähm, also ich kann das gut nachvollziehen, dass Menschen sagen, ich such gar, also vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen, ähm, Engliger sagen immer so jaded, ist ein schönes Wort, ne, also frustriert ist, äh, von vorherigen Beziehungserfahrungen denkt, ja, weiß ich nicht, möchte einfach nicht mehr enttäuscht werden und solche Sachen, die natürlich auch ein bisschen bindungsängstlich rüberkommen können, dass man dann vielleicht sagt, ich plane gar nicht mehr eine Beziehung aufs Leben, ist mir einfach, ich will einfach nur, äh, einfach einen schönen Tag nach dem anderen haben, kann ich total verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, hoffe, konnte deine Frage beantworten, mach die fucking Kurse, vielleicht sehen wir uns bei der Lesung am 4. Juni und, ähm, wir sehen uns bei wieder. Wir sehen uns bei der Lesung am 4. Juni und, ähm, wir sehen uns bei der Lesung am 4. Juni und